Ich bin Alex, der Schlagzeuger von The Great Hollow. Hi, ich bin der Heiko von The Great Hollow. Machen Deathcore, Metal, harte Musik. Metalcore so die Richtung. Technisch, Melodiös. In dem Song, den wir auf der Platte haben, der heißt Lies. Da geht es um Schizophrenie. Die lustige Geschichte dazu ist, wir haben einen defekten Lüfter, so einen Klimalüfter am Geschäft gehabt. Der hat so einen richtig kaputten Rhythmus gebracht. Der hat mir so gut gefallen, dass ich ihn aufgenommen habe. Und dabei ist ein Rhythmus entstanden. Und haben ihn dann in den Song übernommen. Viel Spaß. Bis dann, ciao.